Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei mit mir, dem Max und dem Christian. Und wir haben heute ein Vielfaches von 8, die 128. Christian, hast du das früher auch gemacht mit den Megabyte RAMs, dass du immer so hochgerechnet hast, wenn es an die Quadratzahlen ging? 8, dann 16, dann 32, dann 64, dann 128, 256, 512, 1024 und 1024 ist 1 Gigabyte. Ich bin einer von diesen Nerds, die schlecht in Mathe waren, die sehr wohl wussten, wie man das mit den Megabytes immer hochrechnet, ohne zu wissen, was er da genau gerechnet hat. Natürlich war mir das wichtig. Und diese blöden Zahlen von, genau. Und wir haben heute Folge 128 und ja, wir sind wieder ganz tief drin oder wir bleiben bei der deutschen Filmgeschichte. Ich habe gerade überlegt, was so die letzten Ausgaben waren. Ehe der Maria Braun, davor war Hitlers Hollywood. Davor bin ich mir gerade aus dem Stand nicht hundertprozentig sicher, ob das noch die Folgen mit Carly und mir waren. Aber da war noch irgendwas dazwischen. Ja, da war auf jeden Fall viel klassisches Hollywood dabei. Und Hitlers Hollywood, das lange Gespräch mit Rüdiger Sußland, dem Regisseur dieser Dokumentation mit gleichem Namen, hat uns ja auch so Ideen gebracht. Oder mindestens mich hat das extrem angeregt, die Feuerzangenbowle von 1944 mir anzugucken. Ein Film, den ich bisher komplett ignoriert habe, weil ich dachte, interessiert mich nicht eine Komödie mit Heinz Rühmann. Das ist ja schon ganz schön gewagt. Das ist ja schon eine ganz schön steile These. In was für einer Schule bist du gewesen, Christian? Dass dieser Film nicht irgendwann kurz vor den Weihnachtsfeiertagen in irgendeinem deutschen Unterricht mal gelaufen ist. Und so hast du es tatsächlich auch erlebt, ja? Das müsste meine erste Begegnung mit dem Film gewesen sein, ja. Ja, interessant. Also da spielte wirklich zu keinem Zeitpunkt eine Rolle in meiner Schule. Ich höre das auch viel von Menschen, die studiert haben, dass das da auch mal wieder aufgetaucht ist. Hast du sowas auch nochmal erlebt? Nö, das kann daran liegen, dass ich beim Studium nicht in diesen Kreisen dann auch verkehrt habe. Also, was jetzt nicht in diesen Kreisen? Ja, das klingt jetzt doof. Also, dass ich, glaube ich, Studium, weiß ich nicht, ob ich da habe, ich glaube ich nicht mit so vielen Leuten dann über die Vorlesungsveranstaltungen hinaus zu tun gehabt. Letztlich, glaube ich. Ach so. Es gab zwar immer diese eine große Feuerzangenbowlenveranstaltung, aber du warst da immer schon in den Semesterferien. Ich glaube, da war ich eher schon ein Tendenz einsamer Wolf an der Uni, da habe ich, weiß ich nicht, diese soziale Komponente war da bei mir ein bisschen kaputt. Also, ich bin tatsächlich wirklich jetzt nochmal so darauf aufmerksam gemacht worden durch Rüdiger Susslands Worte. Ich wusste nicht, dass das so ein Riesenhit noch heute an Schulen, an Unis ist, dass es manchmal Veranstaltungen gibt mit Hunderten oder Tausenden Gästen, wo sozusagen à la Rocky Horror Picture Show die Texte mitgesprochen werden, die bestimmte Gegenstände mitgebracht werden, um dann im richtigen Moment zum Einsatz gebracht zu werden, all solche Dinge. Das war mir neu. Und was mir auch neu war, dass man durchaus auch, also, dass es sich lohnt, auch kritisch auf den Film zu gucken. Also, dass das sozusagen die Sichtweise, also, sagen wir mal so, es lohnt, nee, was heißt, lohnt sich kritisch drauf zu gucken, lohnt sich immer kritisch zu gucken. Ich meine, ich glaube, es lohnt sich, sich bewusst zu machen, wann ist in dieser Film eigentlich entstanden. Der ist 43 produziert worden und lief 44 in den deutschen Kinos und war auch ein großer Erfolg. Es gibt wunderschöne Anekdoten, die auch gleichzeitig für mich ganz schön, mir auf so einen kalten Schauer den Rücken jagen, daran zu denken, dass zunächst der Erziehungs-, der Reichserziehungsminister gesagt hat, nö, das läuft nicht, das greift ja die Autoritätsschule an, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir haben eher ein Problem mit der Motivation unserer Lehrerschaft, jetzt gerade im großen Krieg. Also, sowas kann jetzt nicht im Kino laufen. Und dann hat Heinz Rühmann, so besagt es, diese Anekdote, die vielfach niedergeschrieben ist, ist mit sozusagen den ganzen Filmrollen im Gepäck ab zum Führerhauptquartier und hat dort sozusagen seine Kontakte spielen lassen. Und Adolf Hitler wollte nur wissen von seinem Propagandaminister Goebbels, ist das denn lustig? Ja, es ist doch lustig. Und Freigabe. So soll es gelaufen sein. Und das ist natürlich nochmal so ein Aspekt, okay, da bin ich jetzt neugierig, das sozusagen nochmal wiederzusehen, denn, das muss ich vorwegnehmen, ich hatte jetzt die Gelegenheit vor ein paar Tagen mir den anzuschauen mit Freunden und habe auch schon gemerkt, ich hatte das dann schon so anklingen lassen, was ich vorher gehört habe über den Film und über seine Entstehungszeit. Dann war das so, dann wurde ich schon immer so schräg angeguckt, ja und, weil das sieht jetzt aus wie eine Uniform oder was willst du mir jetzt? Man merkt, das waren Menschen, die haben diesen Film schon vorher gesehen gehabt, der ist auch Teil ihrer Jugend und hatten jetzt so ein bisschen Sorge, dass ich ihn jetzt madig machen will. Und ich freue mich sozusagen, den jetzt nochmal zu gucken, bist du denn, also ist das für dich eine gelungene Komödie, erinnerst du dich so? Also so tief drin stecke ich dann auch nicht mehr. Also ich habe den, glaube ich, auch nur das eine Mal gesehen, bewusst. Ich würde sagen, dass ich da auch, ja, ich habe auf jeden Fall auch gelacht und ich bin mir sicher, ich werde jetzt auch gleich wieder ein paar Mal lachen können. Also, mal gucken, was so sich geändert hat. Gelacht habe ich auf jeden Fall auch vor ein paar Tagen. Und ich habe auch noch ein paar andere Dinge gedacht und ich freue mich, das jetzt nochmal genau mir anzuschauen. Und das will ich jetzt einfach nur mal so vorweg mal so reinschmeißen. Es gibt einfach eine interessante Figur, die, vor allem bestimmte Sequenzen, die diese Figur in diesem Film hat, die hat es in der Buchvorlage von 1933 nicht gegeben. Und die, weiß ich nicht, ob die eigentlich in den, es gibt ja eine Verfilmung von 1934, so ein Flegel, und zwar mit Heinz Rühmann, exakt die gleiche Geschichte. Das wusste ich vorher auch nicht. Müsste man sich gleich mal angucken. Wo bestimmte Szenen auch mit diesem Lehrer Brett, oder Dr. Brett ist das, Geschichtslehrer, die tauchen da so nicht auf in der alten Verfilmung. Und ich weiß auch nicht, ob sie in der Helmut-Käutner-Verfilmung von 1970 auftauchen. So weiß ich auch nicht. Ja, das sind einfach so Dinge, die ich jetzt einfach nur mal schon so mit reinstreuen wollte. Das wäre eigentlich jetzt auch wieder eine perfekte Vorlage für uns im Podcast, sich jetzt auch noch weitere Verfilmungen und die Bücher, also die Buchversion noch mal zur Brust zu nehmen. Wir bleiben dabei, wir schauen jetzt die Verfilmung, die 1944 in den Kinos lief. Und mal gucken, was so ist. Und zünden uns nebenbei noch ein bisschen hier was an. Ja, wir haben gar keinen Alkohol. Wir haben ja auch Sommer und nicht Winter. Also völlig, völlig falsch hier wieder. Alles falsch, ja? Ist das so ein Winterfilm? Ich glaube schon, das sind immer so zehn Feiertagen. Und da gibt es ja dann bestimmt auch immer die Feuerzangenbowle dazu. Immer diese bekloppte Entschuldigung mit der Jahreszeit viel heißen Alkohol zu trinken, ja. Okay, dann schauen wir uns den Film mal an. Tja, der Heinz Rühmann, der wedelt so ein bisschen mit den Händen und ein bisschen die Flammen lodern. Und alles so weit. Alle Dings, ja. Vierte Wand. Durchbrechen war es auch da schon dabei. Ich finde den Film ja echt unheimlich. Also ich, das wird nicht, das wird nicht die Folge, wo ich zwischendurch mich von der verklärenden Pseudo-Nostalgie habe einfangen lassen, sondern, nee, das ist, es gibt keine unschuldigen Filme. Das finde ich hat Rödinger Suchsland schon sehr, sehr deutlich und intensiv eingetrichtert. Und ich konnte damit was anfangen. Und ich finde auch, wir haben also ein ganz und gar nicht, also es gibt, es ist unmöglich. Du kannst nicht in dieser Zeit Filme machen und die Zeit dann ausblenden. Die ist halt da. Und dieser Film, finde ich, tut sogar noch sehr viel mehr, als nur zufälligerweise in der Zeit entstanden zu sein. Ich finde, dass der, der hat, der hat eine Mission. Also, ich habe auf jeden Fall bei einigen Sachen auch wieder schmunzeln müssen, habe aber natürlich auch durch, gerade eben jetzt nochmal Hitlers Hollywood und so, nochmal einen ganz anderen Blick, Eindruck. Mir ist natürlich der Blaue Engel nochmal mit mir in den Kopf gekommen, immer wieder so und das Bild da und was war da eigentlich so los? Es ist die Zeit, der Blaue Engel spielt ja quasi in seiner Gegenwart, seiner Entstehung in den 30ern und das ist doch ungefähr die Zeit, auf die wir jetzt zurückblenden, oder? Kann man das so sagen? Es wird ja offiziell eben oder mit ziemlicher Sicherheit ganz absichtlich nicht genau verortet oder so, wo das nun stattfindet, diese Verfilmung. Aber ich würde es in einen ähnliches Stuf packen, allein wegen der Gaslampen. Ja, genau, die Gaslampen, wie der Unterrichtsraum aussieht, also das ist mal ein Anhaltspunkt, was anderes habe ich auch nicht. Also ich nehme einen anderen Film, einen anderen fiktiven Film, als Bezugsquelle, was der zweite fiktive Film für die Zeit darstellt. Und der andere Film, der mir noch in den Sinn kommt, aber den ich halt nicht nur in Auszügen kenne, ist einfach im Westen nichts Neues. Aha. Der ja auch, glaube ich, eben mit dem Thema Schule noch, oder die Schule behandelt. Ich kenne den nicht, das überrascht mich jetzt gerade, ich dachte, das ist ein Antikriegsfilm, der die ganze Zeit in den Schützengräben spielt. Nee, das geht ja auch mit den Schülern los und der Lehrer, der den, glaube ich, noch beibringen will, dann nicht hinzugehen. Und nur, und ich behaupte, also das ist jetzt wieder komplettes Halbwissen, ich muss mir den unbedingt endlich mal angucken. Oder mal komplett angucken vor allem. Ähm, der eine Schüler, der sich halt da noch nicht so eben in die Fänge der Kriegstreiber begibt, aber dann, und das ist dann eigentlich, glaube ich, die Hauptfigur, die dann auch eben an der Front ist. Du kennst diese Szene schon. Ja, ich hab mal Auszüge gesehen, aber es ist eben Abteilung Gefährliches Halbwissen. War das Schulstock bei euch? Also, ich überlege gerade, also der Film mit dir halt nicht und beim Buch, weiß ich nicht, ob es im Leistungskurs noch besprochen worden ist, aber. Okay. Also, bei mir ja nicht. Ich erinnere mich nur, dass das manch einer. Ja, und ich hatte jetzt nur gerade neulich in der Zeitung, war gerade irgendwie ein Buch, ist jetzt auf Deutsch erschienen, zum Thema Verwicklung der Hollywood Studios in der Vorkriegszeit, zum Thema, wie man, welche Filme denn so in Deutschland gelaufen sind und nicht und wer da irgendwie Einfluss und Mitsprachigkeit hat und dass die Nazis sich ziemlich da mit eingemischt hat, direkt in Hollywood, das wird nicht gezeigt und so und dass auf deren Druck zum Beispiel wohl im Westen nichts Neues nur eine Woche gelaufen wäre, ist jetzt nur das ganz kurz, was ich gerade gelesen hatte. Ich kann das jetzt weder bestätigen für Nein noch sonst wie, aber es war so ein Aha, Aha, müsste man sich ja wohl auch mal mit auseinandersetzen, wie das so war. Auf jeden Fall, der ist mir eben noch in den Sinn gekommen, weil ich der Meinung bin, da ist das eben ein bisschen umgekehrt zu dieses Verhältnis, was die Lehrer einem vielleicht vermitteln wollen oder was der Film möglicherweise einem vermitteln will. Vor allem natürlich. Sag mal, also, weil was ist? Am besten nichts Neues ist Antikrieg. Ja, ja, also, aber du meinst, und du siehst hier sogar schon auch eine Vorbereitung für den Krieg sozusagen? Also, mit diesem Wissen jetzt, dass das eben 44 oder 43, 44 eben so auskommt, sind natürlich so manche Sätze, Szenen, wo man dann denkt, ja, also wenn Heinz Rühmann dann hier zum Schluss lacht und das Feuer brennt, dann denke ich so, ja, jetzt geht ihr raus und läuft durch eure zerbombte Stadt oder, also dieses, das ist nicht wahr, die, der wahr sind nur die Träume und die Sehnsüchte, das, was uns jetzt hier gerade einhört, das ist nicht, und dann gibt es eben zwischendurch, ne, nicht zwischendurch, wenn, wenn seine Frau, Freundin, Theaterbekanntschaft, was auch immer sie nun da genau darstellt, seine Tante, wenn er da eben sagt, ich bleib hier, äh, dieses, ja, diese Weltflucht, die er da eben vornimmt. Ja, der Film ist ja wirklich auch reiner Eskapismus so und hat das auch in die Handlung eingebaut, ne, also dieses, dieses in, 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 in etwas heiles Flüchten und das Schöne ist ja, dass sozusagen, und das macht, glaube ich, so perfide, äh, also es ist also ein, ein nostalgischer Blick zurück, so in ein Früher, also ich reise nochmal in ein fantasiertes Früher und dann ist aber in dem Früher auch das Alte, ähm, äh, sozusagen modernisierungswürdig oder sogar dringend muss das mal, äh, ausgewechselt werden, ne, da gibt es ja sozusagen auch die neuen Methoden, die neue Zeit, also es gibt ja immer wieder auch Begrifflichkeiten, die da so auftauchen, die sehr selbstverständlich benutzt werden. Und das ist zum Beispiel der Punkt, wo ich mich dann auch frage, weil, äh, Rüdiger Susan hat das ja relativ kategorisch abgeurteilt, ne, hat das ja auch begründet gehabt und ich hab hier dann doch schon immer mal so überlegt, naja, aber ist das denn jetzt eigentlich wirklich so, dass sie komplett dieses Alte abschaffen wollen, also ist, ähm, zustimmen auf jeden Fall, ne, wir haben dieses, wir alle waren mal in der Schule, außer eben Pfeiffer, der das noch nicht kennt, aber wir alle, ne, das ist ja etwas, ne, wie bei hier zwischen den Schülern oder so, ist ja klar, ne, warum macht man Filme mit oder über Schule, das kennt eigentlich mindestens bis zur Vierten Klasse oder so doch die meisten irgendwie, äh, also hat da jeder irgendwie seine Erinnerungen und kann sich das irgendwie so zurechtschieben mit, na, der war ja auch immer einer so und das und jenes. Hier wird's natürlich jetzt schon ein bisschen komplizierter von wegen, äh, nur reine Jungs Klassen und reine Mädchen Klassen. Ähm, aber der, der, der Grund ist ja eben derselbe, man hat irgendwie so eine Zeit durchlebt in seiner Jugend, in seiner Kindheit, ähm, und eben Sachen mitgemacht. Und, ähm, ich wollte jetzt nochmal diesen Bogen haben, ach genau, mit dem, mit dem Leerkörper, mit den alten, den alten Methoden, äh, also ich finde ja zum Beispiel, wenn dann eben dieser, der große Knalleffekt der letzte Tag kommt, ähm, dann wird ja eben der Name schon wieder entfallen, also der Erich-Ponto-Charakter wird ja dann eben veräppelt, aber das ist für mich ja immer so eine Sache, also so wie eben Karl Kurve oder Raab das ja jahrelang gemacht haben, du kannst so eine, oder Switch, nicht Raab, bei Switch war das ja eher, ähm, du kannst ja Charaktere erst dann eben veräppeln oder, äh, satirisch darstellen, wenn die selbst wirklich eben so eine Charaktere sind, also so eine Eigenheiten haben und, ähm, ich glaube, dieses Veräppeln, es soll natürlich sich über die Lustig machen, aber es kann ja auch nicht so völlig, äh, die können ja nicht sie völlig verabscheuen oder doof finden, wenn sie eben nicht auch ihn da irgendwie, nee, es ist noch viel krasser, die Alten sagen sogar, das ist, ich kann nicht mehr das Neue, sag mir mal, ja, wie du es sagst, ist es richtig, also das ist, also es gibt, also es gibt, es gibt für mich auch nur eine einzige klassische Propagandaszene und das ist die, wo ich vorhin auch darauf angedeutet habe, dass es auch Sequenzen gibt, die tauchen in dem Originalbuch und, äh, in der ersten Verfilmung noch gar nicht auf, ähm, und, äh, das ist natürlich diese Sequenz mit, ähm, der, der Dr. Brett erzählt mal dem älteren Lehrer, was dann diese neuen Methoden sind und, dass man da ja die, äh, sozusagen die Schüler durch das Band der Disziplinen fest anbindet, damit sie nicht nach rechts und links ausschlagen, sondern schön gerade wachsen, ne, also, ähm, das ist, das ist eine, das ist, finde ich, die einzige klar Propagandaszene, so, ne, ich finde das sehr, würdest du da widersprechen? Ne, ich, ich, ich habe halt mit diesen, also, ja, aber dieser, dieser Punkt dann, ne, und dann sagt eben der alte Lehrer aber noch, haben sie keine, keine, keine Angst, dass sie über ihre Köpfe wachsen, so, und das, finde ich, ist aber eigentlich irgendwie auch schon so ein, oder, was, was, was antwortet ihr, hast du das dir gemerkt? Dr. Brett sagt dann, das Leben, ne, dafür sorgt das Leben schon, dass sie nicht so, und das ist für mich so eine Mischung aus, na, das ist jetzt entweder ultra zynisch im Sinne von, naja, das Leben ist eben der Krieg und da werden sie schon sterben, ne, also, und das wäre für mich dann aber eben eigentlich, dann wieder ja nicht etwas, was dafür sprechen würde, deswegen glaube ich auch nicht, dass er das so gemeint hätte. Für mich ist das, das ist dieser naturalistische Nationalsozialismus, diese Idee von, das ist sozusagen schicksalhaft, das ist naturgegeben, so, also, wir sind auf dem natürlichen Weg. Also, ich kann es völlig nachvollziehen, aber gerade dieser Satz war bei mir nochmal so ein ganz kurzes, oh, ja, entweder schneidet sich diese Ideologie gerade damit selbst, oder legt, stellt sie sich bloß, oder ich, ich bin halt derjenige, mit der jetzt schon eben quasi mit dieses Wissen hat, was da eben dann abging. Ne, es ist ja absurd, es macht ja, also, das ist wirklich bekloppt, also, das macht in keiner Welt wirklich Sinn, nur ist es immer so gemeint gewesen, also, ich habe das Gefühl, dass es, also, genau, das lässt sich natürlich leichter sozusagen mit, im Rückblick auf die Katastrophe dann sich anschauen, aber ich finde, wir sind überhaupt nicht geschützt davor, dass, also, weiterhin so abstruse, also, jede Argumentation, die du, oder die man irgendwie seltsam findet, wie sich vielleicht die AfD das irgendwie herbeiführt, wie man jetzt was besser machen kann, hat ja auch am Ende immer so ein, so ein Moment, wo man denkt, das haut doch jetzt eigentlich nicht hin, es sei denn, es ist aber so, also, da kommt ja diese Idee von, ne, das ist aber was Natürliches, so ist es richtig, also, wenn man dem sozusagen so eine, naja, so eine, wie soll ich das sagen, also, man bestätigt es dadurch, dass man sagt, ja, aber so sind die Dinge, ne, nach dem Motto, ein Volk gehört für sich unter sich. Das gefühlte, gefühlten Wahrheiten. Ja, genau, ja, und man bestätigt sie mit so etwas verklausulierten, fast so ein. Nicht, nicht wissenschaftlich belegt. Ja, genau. Einfach so zu behaupten, na, das habe ich doch drei, ich habe doch hier zehn Leute gesehen, also machen das, müssen das tausend Leute. Ja, oder es war schon immer so, ist ja auch sehr kraftvoll, finde ich, ne, dieses, da da kommt, glaube ich, so dieser Naturbezug, so, ne, das, man muss auch irgendwie so zurück zu den Ursprüngen. Ja, weisen wir mal alle Häuser hier ab. Ich will mal kurz das reinschmeißen, weil es jetzt gerade so an der Stelle noch gut passt, wir hatten, als wir das vorhin gerade die Sendung bei Twitter angekündigt haben, gab es eine Rückmeldung von dem Twitter-User, dem ich jetzt gar nicht weiter den Kontext sagen kann, zweite Produktion. Die machen auch einen Podcast. Ah ja, hast du dich schon mal gehört? Ich bin auch da, ich habe ihn abonniert. Die machen Texte mit gewohnt elaboriertem Halbwissen aus dem filmwissenschaftlichen Studium und grenzenloser Seelust und Gin. Ja, auf jeden Fall wird dort offenbar auf zweiteproduktion.de geblockt zu Film und die schrieben gerade, das Erbe des NS-Kinos schlummert in der deutschen Komödie. Das beweist dieser Film mitsamt ideologischen Implikationen in jeder Neuaufführung. Lass ich einfach an der Stelle mal so. Ich weiß gar nicht, also ich würde sogar sagen, nee, es schlummert nicht, es ist einfach da. Ja, ich finde ansonsten schlummert. Also es ist nicht das Erbe des NS-Kinos, das ist das NS-Kino. Ja, ja, genau. So rum. Das wahrscheinlich eher. Ja, also genau. Es ist aber im Sinne, ich glaube, was damit gemeint ist, mit dem Bezug auf die Neuaufführung. Es ist ja sozusagen sehr präsent und dadurch wird es ja auch immer wieder benutzt. Und mir ist dann einfach jetzt beim zweiten Seelen aufgefallen, dass der Film ja auch wirklich durchzogen ist. Also die Sprache, der Sprachgebrauch ist komplett da. Also die guten Deutschen, die den undeutschen Wein trinken und das Unreine mitsingen und so. Also es ist voll von diesem, wow, krass, das ist einfach komplett da. Also nicht mit einer bestimmten Absicht. Also ich nehme das wirklich als, ja, das ist die Sprache ihrer Zeit, aber sie ist darin wirklich festgehalten. Daraus ergibt sich eben vielleicht auch, wenn das eben so der, so war das eben, dass man eben versucht auch daraus zu verstehen, warum sich manche Sachen eben so entwickeln. Also dass, wenn vorher eben gar nicht das Verständnis von der Demokratie da war oder so oder nicht so ausgeprägt war eben, Weimar, dass deswegen eben Sachen vielleicht auch geschehen, nicht jetzt als, nicht als einziger Grund oder so, aber dass man eben so versteht, nicht einfach sagt, die waren alle schlecht oder so, sondern das kommt ja irgendwo her. Das muss sich auch entwickeln. Also ich meine, es gibt Momente, in denen ich sofort merke, dass es kein Zufall ist, dass Heinz Rühmann diesen, also diesen Status des großen deutschen Kinodarstellers hat. Also den, den habe ich auch bemerkt und ich kram immer noch im Kopf, welche Filme kenne ich denn nur eigentlich vielleicht doch, aber ich merke auf jeden Fall, also wenn, also es gibt Momente, in denen der sozusagen, also für mich ein Höhepunkt seines komödiantischen Schauspiels ist, wenn er in der Verkleidung und in der Rolle des einen Lehrers sozusagen auf eben jenen Lehrer trifft, wenn die sich sozusagen sozusagen in ihr verzerrtes Spiegelbild anschauen. Das ist, das ist wirklich sehr komisch, das hat auch ein tolles Timing und sowas taucht immer wieder mal auf. Was bei mir ganz komisch ist, dass ich mich nicht die ganze Zeit freue, wenn Heinz Rühmann auf der Leinwand ist, ist, dass ich eigentlich mich die ganze Zeit frage, was ist denn das eigentlich für ein Plot? Also nun wird ja am Ende eh alles so in den Wind gestreut, weil ist ja alles nur erdacht und erträumt. Finde ich echt krass, wie denn zum Schluss alles zurückgenommen wird, weil ich mich dann zu und zwischendurch frage. Also dieser alt, also normal, also der erwachsene Schriftsteller kommt da hin, greift sich ja aber eine minderjährige Schülerin. Bis über 16. Ja, ja, immerhin, Gott sei Dank, ich bin beruhigt. Obwohl er ja offenbar. Es ist nicht auch irgendeine Schriftsteller, also davon abgesehen, dass es die Direktor-Tochter ist, sie heißt auch noch Eva. Es ist, ich meine, es wird, also am Anfang ist schon irgendwie auch durch die Worte seiner, so einer, so einer, ja genau wie du selber sagst, die Tante in Anführungsstrichen, die Schauspielerin, mit der er da liiert ist, die er aber offensichtlich immer wieder auch betrügt. Das ist aber auch einfach, wird einfach so hingenommen und es wird auch so, einfach so, Heinz Rümann ist einfach dieser Typ, der den Mädels auch sagt, na zeigt euch mal, ihr habt ja bestimmt nichts unten, hinten und oben und es ist so. Wow, was ist denn das eigentlich für ein Typ, der macht öfter Dinge, die finde ich extrem unsympathisch. Also mich wundert das richtig so. Also wenn wir jetzt gerade bei diesem, wenn er da in dem, heißt das Karzer oder Harzer, also wenn er halt in dem Nachsitzgefängnisraum ist, das hätte ich aber tatsächlich so als, naja, das sind halt die Jungs, die jetzt mal so hier eine dicke Lippe machen. Also klar kann man dann sagen, oh, das ist aber ein ziemlich komisch. Ja, aber ich sehe halt, dazu gibt es aber auch immer die passenden Frauen. Also ich kann es mir ja gleich noch von dieser einen Frau erzählen, die da ausbrechen kann. Es gibt ja wirklich, alle Frauen sind dem komplett untergeordnet, ne? Also nicht nur ihm, sondern überhaupt den Männern und dieser Gesellschaft. Ja. Das ist ja wirklich krass, also wie die dann sich alle drei dann so in dem Zimmer aufstellen und sich mal so zeigen. Eine raucht, die taucht auch nicht mehr so wirklich auf danach. Ja, nee, also ich, du, ich nehme das jetzt auch, also ich, ich, ich wundere mich halt einfach nur, dass der sozusagen die ganze Zeit diesen Typen spielt. Also, also es geht halt die ganze Zeit auf Kosten von Frauen. Also, ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das dem Film wichtig ist. Also, dass das so eine, also es tauchen ja noch andere Szenen auf. Na, also ja, es ist auf jeden Fall sehr abwertende, kommen auch ziemlich harte Sprüche so, ne? Dann muss die Frau, muss man unterdrücken oder so, sagt, er sagt nicht unterdrücken hier, wenn die beiden Jungs bei ihm im Zimmer sind, aber irgendwie so in die Richtung, ne? Die Frauen so klein halten? Ich weiß leider nicht mehr, was er genau sagt. Ja, aber dennoch. Ja, auf jeden Fall nicht gut sein, damit sie einen begehren, so. Ja, aber andererseits sind sie doch irgendwie alle schon spitz auf die Frauen, ne? Ja, ja, es sind alle hammerspitz. Sie werden ja auch quasi gerade dieser Internatssituation oder dieser Schulsituation ja auch voneinander getrennt. Nur, also auch wie die Frauen agieren. Also, wenn wir jetzt da die Schauspielerin nehmen, die, also ich finde es ganz entsetzlich, wenn die sozusagen ihn, den Heinz Rühmann jetzt wieder überzeugen möchte, nach Hause zu kommen, dann gibt es Sex. So läuft das. Ja. Und was die da vorher mit den Jungs anstellt, finde ich auch super krass. Weil auch da muss man sagen, naja, sie, also sie nehmen sie ja als, auf die hören wir jetzt schon. Ob es nur wegen des Alters ist, ist auch nochmal eine Frage. Ich meine, so genauso wird ja die, die, äh, Frau des Direktors ja ein bisschen als, ja, du bringst ihr ja so einen schönen Spruch und schiebst ihr ein bisschen den Hohnen ums Maul und schon ist sie, ach, sie sind aber nett und hüttel. Das ist krass. Ähm, ja, ist schon, ist schon nicht so leicht. Nee, ich, also ich habe einfach nur. Also ich habe auch in diesem Strang von der Frau Freundin allgemein so ein bisschen Probleme. Ja, was ist das? Allgemein so, ja, irgendwie muss das mit rein, damit irgendwie, einmal damit wir sagen, hier, die Zeit ist vergangen und der Butler, der Diener zu Hause, der trinkt auch nur, wenn keiner da ist. Nein, eigentlich dramaturgisch ist das die Bedrohung unserer Hauptfigur, dass es ihre Rolle aufliegt. Nur ist das ja die ganze Zeit so. Passiert ja halt doch nicht. Ja, also ich fand es zum Beispiel interessant, ich habe nur reingeguckt in die, die erste Verfilmung von 34 mit Heinz Rühmann, der da auch eine Doppelrolle spielt. Ich habe gerade vergessen, was er neben, äh, seiner Penela-Rolle noch für eine Rolle spielt. Ähm, jedenfalls, ähm, fängt das da dann gleich, steigt der Film ein mit, äh, er ist gerade dabei, äh, sein, sein Theaterstück zu inszenieren, das demnächst Premiere haben soll. Also es wird ganz anders aufgezogen und glaube ich auch nochmal sehr viel straighter, als da hat er dieses Theaterstück und das ist gerade eine willkommene Flucht vor der großen Premiere nochmal woanders hinzugehen. Und dann ist seine Schauspielfreundin sozusagen auf der Suche nach ihm. Also ich habe das Gefühl, dass wir einfach wirklich auch nochmal eine stark abgeänderte Fassung jetzt hier haben, die so ein bisschen was verloren hat von dem, was vielleicht mal in dem, in dem Buch noch ganz schlüssig war. Und jetzt finde ich es auch verwirrend, wenn immer zu der Frau hingeschnitten wird, ist das etwas ungelenk irgendwie, weil. Ich habe immer noch so ein bisschen Suchsland im Ohr eben mit diesem, na, vielleicht muss man sich das auch alles einfach als Traum vorstellen, diese Zeit oder diese, diese Filme der Zeit, ne. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das war einfach nur, äh, du hast dich eben berauscht an der Feuerzahnbohle, an dem Getränk der Feuerzahnbohle, hast dann irgendwie mal kurz einen Kater, äh, alles ein bisschen abgebrannt und dann geht's aber jetzt weiter. Ja, und das ist mir auch wirklich, ne, also du erzählst dann ja alles auf, alles ist erfunden, ne, sogar ich selbst hab mich erfunden und so. Also, und wenn danach dann noch der Satz kommt und darum geht's, also das, was man fühlt und was man sich erträumt. Die Träume und die Sehnsüchte, die sind wahr und alles andere ist halt, und die Feuerzahnbohle. Also, ich finde das, also genau, das ist eigentlich nochmal, äh, die Zusammenfassung von, äh, Eskapismus. Ich, ich habe eine Welt, aus der ich flüchten möchte und, äh, und ich muss sozusagen selber mir auch Mühe geben, das zu glauben, also ich muss selber auch was dafür tun. Und das ist eben was, glaube ich, was sowohl für als auch eben gegen den Film verwendet werden kann in der Anklage, denn wenn du den eben tatsächlich aus der Zeit losgelöst siehst, dann ist das doch ein, äh, so eine Sache, ja natürlich, man möchte sich doch mal aus der Welt flüchten und diese Träume und Sehnsüchte, die man hat oder hatte, das ist doch, ist doch gar nicht so verkehrt, hat doch was, ne, und dann kommt aber eben, ja gut, wenn es dann eben in der dunkelsten Stunde der Menschheit ist, dann ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, ne. Also für mich ist der Film übrigens auch nicht auf der Anklagebank, sondern, äh, mir geht's nur darum, äh, äh, dass ich erlebt habe, dass, äh, der Film sozusagen auch völlig losgelöst von seinem Kontext, äh, äh, sozusagen gezeigt wird, so. Alles andere, ich mein, das soll auch so nicht stimmen, ich hab das immer wieder gelesen in, in, in Artikeln, ähm, äh, dass sozusagen immer dann, wenn Dr. Brett auftaucht und wenn der was sagt, so, dass dann immer in den Unis dann immer geboot und gepfiffen wird, äh, der böse Nazi und so, und es ist ja tatsächlich so, dass ich, also, äh, wenn man sowas ausmachen möchte, so, dann, äh, findet sich das alles in dieser Figur, also das ist schon der, der, der junge Lehrer, der die Alten in Frage stellt und der die, die neue Zeit sozusagen transportiert, das ist auch der Geschichtslehrer, finde ich auch sehr passend, ne, also, ähm, ich würde auch deswegen, also, das ist der, der alle Tricks kennt, vor allem. Und wenn man jetzt mal so guckt, ich fände es auch nochmal wertvoll, also, auf den Film nochmal so zu gucken, also, als das, was er jetzt erstmal für sich ist, ähm, dann hab ich so gedacht, was ist jetzt eigentlich nochmal, also, der Plot von dem Film ist ja, ähm, unser Schriftsteller. Keine Ahnung. Genau, der weiß gar nicht, der kennt sozusagen einen ganz elementaren, also, der schreibt ja ständig über Gesellschaft, aber bei einem Teil, den die ganze Gesellschaft fast alle erlebt haben, nämlich den Schulalltag, den kennt er gar nicht. Sehr reizvoll für ihn und das ist auch noch die Flucht vor der Premiere und so, er geht also in diese Welt und dann will er aus dieser Welt eigentlich gar nicht so schnell wieder zurück. Er will gar nicht mehr zurück, ja. Ja. Und am Ende hat er sich das, ich, 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 ich komme halt dabei schon so ein bisschen ins, ins, ins Strubeln. Und das, das Ende ist dann eigentlich, weil er mit dem Mädel, dann, dann offenbart er ihr die Wahrheit und weil, achso, weil er dann die Liebe dort findet, dann, dann kann er auch wieder gehen und er muss, also, gehen muss er theoretisch so oder so, weil wenn das Schuljahr vorbei ist, Oberprima ist ja dann die letzte Runde. Aber lustigerweise stiehlt sich auch der Film dann da ja heraus, also, weil es wäre jetzt schon noch interessant, wie geht denn das jetzt weiter? Die, äh, die Schauspielerin taucht ja jetzt auch gar nicht mehr auf, ne? Ja, die ist ja weg. Er ist jetzt mit der anderen zusammen, Christian. Und er hat auch den Einkommenssteuerbescheid vorgelegt. Was ist der letzte Moment? Ja, geil, ne? Der letzte Moment ist, wir sind, äh, bei der Feuerzangenbude, vermeintlich sitzen wir Nee, nee, mit der Schauspielerin. Na, er sagt, äh, ich bleib hier und läuft weg und sie geht weiter zum Bahnhof. Sie geht weiter. Fahr du, ich hab ne Idee, fahr du, ich bleib hier. Damit ist sie raus aus der Handlung, ja. Und zack. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwann mal das Bild irgendwann zu sehen ist, aber ich glaube nicht. Nee, nee, das stimmt, das ist das Letzte. Ja, und, ja, ich stehe einfach zu sehr noch unter diesem, äh, Hitlers Hollywood, Rudiger Suchsland-Eindruck dieses Mal. Also, wenn ich überlege, bei Opfergang haben wir eigentlich auch erst mal rausgearbeitet, was da eigentlich so durchaus ein, vereinnahmt ist und alles. Und ich muss auch sagen, hier, das ist, ne, wieder eine kompetent gemachte Film. Ich finde zum Beispiel, wenn er das erste Mal beim, im Büro vom Direktor ist, wenn er die Kamera so hinter dieses Regal und da durch, durchs Eins und dieses Regal da durch guckt und dann hast du da den Gegenschnitt und siehst, ah, da müssen sie aber irgendwie schon umgebaut haben, weil da könnte jetzt an dieser, in dieser Wand kann jetzt gerade keine Kamera stehen. Ähm, also ist das auf jeden Fall, ne, kann man nichts sagen, dass das jetzt irgendwie stümperhaft gemacht wäre oder sonst wie, da ist schon jede Menge Wert reingeflossen. Das ist auch ein unheimlicher Moment. Das ist so ein, ne, dann gucken wir so plötzlich durch das Regal, also das wird plötzlich ein bisschen enger und weniger offen in Schulen, ne. Also es ist ja auch wirklich so, dass wir doch eigentlich mit, 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 mit unserem, unserem Schüler erleben wir eigentlich eine Schule, also ich finde die auch, also sehr, also auch oft unfreiwillig komisch oder für der, der Film ist sehr absichtlich komisch, hat ja wirklich tolle Figuren und Dialoge. Also ich habe erfahren, dass, also auch dieser, dieser Dialekt, der rheinische Dialekt zum Beispiel, der da von einem so schön kommt, dass das auch genau so in dem Buch auch steht, ne, also auch mit, mit, so lautmalerisch, ähm, das macht ja alles großes Vergnügen, aber unterm Strich kommt ja wirklich heraus, ja, die sind kautzig und, ich meine, wirklich was lernen tun die da nicht, wenn der was von der Dampfmaschine da erzählt, ne, das, das geht, der zieht dann so an denen vorbei. Ich meine, das wäre, das ist natürlich ein Aspekt, der, wie so oft ja eigentlich bei solchen Filmen immer außen vor bleibt, bei, bei, äh, Schulfilmen, die Schule selbst ist gar nicht das Wichtige, es geht natürlich um die, äh, dramatischen Aspekte, also jetzt, ne, und, ähm. Ja, das ist eine interessante Frage, weil Schule ist doll dabei. Er sagt ja zu ihm einmal kurz, ne, du hast überall gute Noten, außer in Deutsch, ne, was ist da nur los, du, 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 wird mal Zahnarzt, aber bei den anderen erfahren wir es natürlich auch nicht, sie scheinen irgendwie nicht so die Allerbesten zu sein, aber sind die eigentlich in Geschichte gut, in Geschichte ist der eine auch nicht so gut, sonst wüsste er mit der Völkerwanderung der Goten Bescheid. Lehrer anscheinend zu denen ein gutes Verhältnis hat, dass es mit der Wissensvermittlung scheint noch nicht so optimal zu laufen im Abiturjahrgang. Und danach kommt ja eigentlich nicht mehr viel, so, schulisch, nach dem Abitur. Ähm, deswegen. Aber ich glaube schon, es geht um die Schule. Also, wenn ich mich so überlege, was ist so die Absicht von diesem Plot, ne? Wollte ich mich jetzt gerade zu sehen. Ja, aber ein schön spaßiger Abend, bei dem du mal kurz, äh, dir einen gönnst und nicht dabei bist. Ja, aber wir haben ja ganz schön viele Szenen in Schule, so, also, also auch wirklich komplette Unterrichtseinheiten sozusagen können wir gucken. Also, es gibt tatsächlich auch, ähm, äh, findet man im Internet, ähm, sozusagen, wo das zum Gegenstand, äh, in der, in der Lehrerausbildung genommen wird, dass man zum Beispiel die Sequenz hat, äh, wo, äh, der eine Schüler nicht weiß, wo denn die, äh, die Goten, die Völkerwanderung der Goten und Heinz Rühmann denn so hilft. Und diese ganze Sequenz, also, das ist ja auch so quasi die, die Einführung von Dr. Brett, der da so reinkommt, äh, nachdem sich gerade der andere Lehrer eher zum Löffel gemacht hat, äh, weist er ja dann auch den Heinz Rühmann gleich so drauf hin, wie das bei ihm so läuft. Und dass sich die Schüler hier zwischen Krieg und Frieden orientieren. Dann versucht dann Heinz Rühmann diesen Witz zu machen, dass er ja nicht weiß, wie Herr Schnauz richtig heißt. Und dann sagt er sehr wohl den richtigen Namen. Und die ganze Klasse ist still. Also, da lässt ihn. Und er hat natürlich auch die Kamerafahrt und wie Rühmann die Bestätigung noch sucht der Schüler. Ja, der wird richtig so. Also, man merkt, okay, Dr. Brett hat diese Klasse komplett im Griff. Also, ja, der hat was geklärt mit denen. Und, ähm, das ist ja sozusagen auch durchaus so ein, so ein Lehrerbedürfnis, ne? Also, wie gehe ich denn eigentlich mit einer Klasse um? Wie sorge ich denn eigentlich für die Disziplin, die es scheinbar braucht, um Unterricht zu vermitteln? Und das fällt mir jetzt einfach nur auf, dass, also, der Film hat also eine ganze Reihe von Schulszenen. Also, ich suche ein bisschen so das Anliegen der Geschichte. Also, ich würde sozusagen schon dem, also, der ursprünglichen Geschichte dafür halten, dass sie nicht von Anfang an ein Vehikel für nationalsozialistische Propaganda war, ganz und gar nicht. Aber es geht ja um diesen Film und nicht die Ursprungsgeschichte. Ja, oder, aber gut, ich meine, also, aber, Geschichte ist, also, ich wollte nur fragen, also, was, 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 was könnte dann eigentlich das Anliegen sein von dieser Geschichte? Von dieser, von einem Mann, der, äh, nochmal die Schule erlebt, weil er sie nie erlebt hat. Und dann erlebt er sie ja quasi immer wieder auch als eine Farce, bei der es sich eigentlich, bei der wir als Zuschauer, also, ich habe totales Verständnis dafür, sich darüber lustig zu machen und freue mich auch über die Ideen, da jetzt noch einen Streich zu machen. Ist ja nicht so, dass ich denke, oh, das ist aber jetzt echt unfair, dass der da so böse Scherze macht mit denen oder so, sondern sind ja auch clever. Ja, nein, also, das ist ja ein Genre, eine Variante, die es ja auch dann immer weiter gab, gibt und geben wird mit Sicherheit. Also, ne, ich denke jetzt gerade an die, äh, äh, Pepe, äh, die Lümmel-Filme sind das, ne? Ja. Tja, der Lümmel von der, so und so. Lümmel von der ersten Bank. Lümmel von der siebten Bank. Habe ich ehrlich, auch nie bewusst, ich wüsste gar nicht, wie die so sind, also, ich weiß. Ah, die sind schon ziemlich, uh, Hit-End-Miss. Manche Gags zünden und, äh, dann ist halt Heinchen nachher noch dabei, warum auch immer. Theo Ling ist, äh, quasi immer dabei und darf den, äh, Stock im Arsch Mann spielen. So, aber das zieht sich ja eigentlich auch weiter bis, oh Gott, den habe ich glaube ich nicht gesehen, Schule, Fakio Goethe, in gewisser Hinsicht sind auch das ja, also, wo die Schule in Rolle spielen. Lass uns mal Fakio Goethe und die Feuerzeichen Bulle, das sind doch zwei schöne, äh, Fixpunkte, weil in Fakio Goethe geht es auch da drum, welche Methode braucht es eigentlich, um Unterricht machen zu können. Weil, aber, also zumindest den ersten Teil, den zweiten habe ich auch schon noch nicht gesehen, äh, wird es ja auch mehr natürlich zwischen Karoline Herfurts Charakter und, ähm, Eliasen Bareks Charakter, also auch zwei Jüngeren oder zwei, die auch noch nicht so lange Lehre sind, verhandelt, ne, hauptsächlich. Sind sogar Referendaren, aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ganz jung dabei. So, also da überlege ich gerade, wie die ältere Rolle da mitspielt. Ich meine hier, ähm, na, äh, die Geisterdirektorin. Katja Riemann. Katja Riemann, die halt, äh, auf Drogen ist sozusagen, um das überhaupt noch durchzustehen, bei den anderen Lehrern bin ich mir gar nicht sicher. Du weißt, Uschi Glas wirft sie aus dem Fenster und so. Ja, ich überlege gerade, wie es dir noch vorkommt. Faszinierend, was so, also ich war ganz baff, ich hab mir den dann im Fernsehen angeguckt und fand das ganz schön faszinierend, wie viel Gegenwart da so reingequetscht ist, diese grelle Handlung. Ja, also das ist ja mein Lieblings, also ich mag ja Bora Daktekin recht gerne, also türkischer Anfänger auch, also hauptsächlich die Serie, beim Film ist schon mit leichten Abstrichen, aber türkischer Anfänger hat sowas hier. Ähm, ja, ja, wie, was schwingt da so mit, ne? Ne, ne, also es ist immer noch nicht diese perfekte Formel gefunden worden für Bildung, Erziehung, hab ich so den Eindruck. Ist auf jeden Fall ein permanentes Thema, das permanent Gesellschaft interessiert und worüber viel diskutiert wird. Ja, und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie sozusagen auch eine Geschichte, die, wenn sie dann im Nationalsozialismus inszeniert wurde, auch dort nach einfachen Antworten gesucht worden ist. Also, und denn deswegen diese Szene hineingeschrieben worden ist, wo mal ein Lehrer seine Methode einfach mal erklärt und auf den Punkt bringt. Und man kann dazu auch nicken, so. Und man darf sogar kurz ein wenig dran zweifeln, ist sogar mit eingebaut. Also, guck mal, grundsätzlich würde ich ja auch sagen, so, du bist jetzt Lehrer und dann ist eben so dieses, einerseits irgendwie der Freund sein, aber andererseits müssen wir auch Respekt haben, ne? Und das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mal unbedingt rein als, in riesigen Anführungszeichen, Problem der Nazi-Ideologie oder sowas sehen, sondern das ist ja wirklich... Nein, das ist ja... Das Problem der Nazi-Ideologie ist, darauf einfache Antworten zu haben. Also, die Fragestellung wird für alle Zeiten gelten. Also, die gilt ja schon, wenn, ein bisschen schon, wenn zwei Menschen sich jetzt begegnen und miteinander reden, muss es ja auch irgendeine Vereinbarung geben, dass wir nicht anfangen, uns gegenseitig zu beleidigen oder, ne? Also, ja, aber sobald es drei, vier, fünf Leute wären, also, wenn jetzt hier plötzlich nicht nur du still sein müsstest, während, also, die Verabredung gibt es ja offenbar, ich rede, du bist ruhig so lang, und wenn das jetzt aber fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig wären, dann wird es interessant. Wie macht man das? Also, welchen Grund sollten denn jetzt, wenn es denn auch noch so einen Altersunterschied gibt, also, wenn ich Lehrer bin und dort sitzen die Schüler? Natürlich, die Frage ist da. Ich finde ja immer interessant, dass es, also, die Frage, also, ganz am Anfang heißt es doch auch schon, also, ein Freund für die Schüler sein, so, ne? Dann finde ich das total legitim und Respekt, so, und dann kann man, also, wenn man auf der Ebene anfängt, auf so einer ganz menschlichen Ebene, dann kann man sich doch mal fragen, was, was sorgt denn dafür, dass ich dich respektiere, dass ich dich als Freund begreife, also, was, was sind das für Dinge, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das sowas ist wie ehrlich und authentisch sein und dass das manchmal schwierig ist, im Schulalltag tatsächlich zu sein. Ich erlebe zum Beispiel, ne, also, dass das, das ehrlich und authentisch ist manchmal schwierig. Also, du darfst nicht zu, oder, mein Gedanke wäre auch, du darfst, glaube ich, auch nicht zu, wenn du zu sehr Freund mit denen bist, dann irgendwann würden die dann auch den Aspekt verlieren, wenn du dann eben halt streng sein musst, ne, das, ein Glück bin ich noch nicht Vater. Ja, ja, also, genau, das Erziehungsthema steckt da natürlich genauso drin. Ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort ist im Detail nie einfach und so im Großen Ganzen, finde ich, gibt es, glaube ich, schon so, auch so, so gemeinsame Ideen. Ja, so, also, also, ich habe zum Beispiel das Gefühl, wir alle können damit was anfangen. Wenn jemand authentisch ist, also sehr, also sich nicht verstellt, ist es für uns leichter, mit den Menschen zu kommunizieren. Und dann gibt es Momente, in denen wir das als unangenehm empfinden und wir denken, ja, aber wenn der zum Beispiel morgens auch mal gerade keine Lust hat, so, das darf doch der Lehrer nicht zeigen. Und ich finde, alles, was ab dem Moment passiert, wo der Lehrer denkt, er darf jetzt was nicht zeigen, ab da wird es dann komisch. Aber das passiert, das ist total menschlich. Und das, glaube ich, sind, das sind dann immer die Situationen, wo man überlegt, ja, für diesen Fall muss es eine grundsätzliche Form von Disziplin oder Autorität geben, die man dann abrufen kann. Ja, ja. Also, Militär funktioniert auf jeden Fall so. So verstehe ich das. Nun ja. Lass uns mal nochmal so ein bisschen zu Darstellungen, Inszenierungen und sowas kommen. Also, ich finde zum Beispiel, dass da teilweise doch ganz schön so ausladend chargiert wird. Also, gerade was den Erich Pontor angeht, also den, oh, der Schöner, der Typ, also, der für mich eigentlich, den habe ich noch mehr mit dem dritten Mann verknüpft noch, als in seiner Rolle da. Kannst du mal kurz uns alle und mich daran erinnern, welche Rolle er in dem dritten Mann gespielt hat? Der dritte Mann ist ja, glaube ich, Doktor Hinkel oder wie auch immer, der mit den kleinen Hunden. Aber ich bin auch nicht hundertprozentig. Krass, wie mit dieser Film wieder entwichen ist. Ja, okay. Das ist jetzt viel wichtige Rolle spielt da, in meiner Erinnerung. Also, der auch eben natürlich mit seiner Betonung und Aussprache sowieso und dann natürlich aber auch mit seinen, sonst könnte, sonst hätte ja Heinz Rühmann keine Chance, ihn so nachzustellen, wenn er keine Winkelzüge hätte oder keine Eigenheiten. Der, aber auch vor allen Dingen dann der Direktor, wo ich beim Direktor erst noch gesagt habe, der erinnert mich gerade so ein bisschen an den Parteichef oder was das war bei der Untertan. Daran muss ich noch ein paar Mal denken, ja, der Untertan. So, weil der auch so, aha, hier, Karl-Marx-Frisur haben wir jetzt am Start. Könnte man ja dann in der ideologischen Lesart noch mit dazunehmen, ja, dann kann das ja auch kein guter Direktor sein, den müssen wir dann auch loswerden. Aber der dann eben auch sehr ausladen und manchmal so ein bisschen komisch seine Arme verdreht und so und eben so dachte ich, ja, okay, wahrscheinlich irgendwie eine Schauspielvorlage muss es da tatsächlich geben, dass die so ausholen, was ja dann teilweise auch so in Slapstick schon geht, so bei den Szenen. Ja, genau, also da passieren wirklich manchmal Momente, wo ich denke, also jetzt, vielleicht unabhängig von der Absicht, aber ich kann das nicht weglassen. Ich denke, die ganze Zeit, es geht darum, dass sie auch ein bisschen lächerlich gemacht werden, so, also so spielen die das auf jeden Fall. Und bei manchen finde ich das sozusagen, trifft das so meine Humor eben, ich mag das Rheinische, ich finde das komisch. Und wenn aber zum Beispiel der Direktor dann so lächerlich die Treppen hoch und runter hastet so, dann ist das so, meine Güte, so, ne? Also, da habe ich noch kurz gesagt, eigentlich so ein total ordentlich großes, schönes Schulgebäude, könnte man schlechter getroffen haben als Schüler. Ich habe da nur gedacht, die haben doch jetzt die Treppe dreimal immer wieder die gleiche. Das habe ich noch überlegt, war das nicht nur zwei Etagen, der muss ja jetzt schon im Keller gelandet sein. Ja, ich glaube, da wurde auch ein bisschen, ich glaube, da gab es nur dieses eine Stockwerk im Studio, so habe ich den Eindruck. Ja, aber trotzdem, dass die Leute sehr, sehr überzeugend spielen, so in ihren Räumen. Ach so, ja, aber gleichzeitig auch mit diesen Übertreibungen arbeiten und zum Beispiel viel Humor ja auch darüber dann läuft, also wenn die dann bei der alkoholischen Gärung die Schüler alle besoffen sind, dann wird da halt total rumgealbert. Aber auch, ich finde ja auch so, ich habe auch so das Gefühl, so eine Stock im Arsch Albernheit, so. Also es ist eben auch so. Ja, aber es ist schon so, hm, okay, das ist jetzt euer Schritt. So, 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 so Schenkelklopferich, so, ey. Ich finde es auch sehr kurios, dass wir bei der letzten Szene in der Schule die Schüler mal so richtig freidrehen, weil ja jetzt keine Lehrer da sind und weil jetzt mal Jungen und Mädchen zusammen sind, dann tanzen die ganz brav und es wird so. Ja, das war wahrscheinlich eben nicht so brav, ne, weil also A hatten die ja sonst den Kontakt nicht, oder so von der Dings ausgehen und jetzt wird hier sofort getanzt im Unterrichtsjahr, Christian. Ja, ja, das fand ich halt nur einfach, also das fand ich quasi unfreiwillig komisch, das war ja eh eigentlich komisch auch gemeint, aber ich fand den Teil unfreiwillig komisch, dass es, naja, trotzdem so ein braver Vorgang ist, also so sah das das. Ja, 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 sie benehmen sich ja trotzdem, ist jetzt nicht im Sinne von, sie malen die Wände an und es ist eben nicht die bemalte Tafel. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass auch im Jahre 43, wenn man dort die Mädchen und Jungen mal zusammengelassen hat und sie waren unbeobachtet, dass sie dann nicht so lustig getanzt haben. Also sie haben dann schon auch getanzt, aber anders. Und dann sind sie über die Tische gelaufen und ihren Idolen. Ja, nee, aber so hatte ich auch anfangs schon mal angemerkt, ich finde auch die Inszenierung des Films, also was sogar auch Kamerafahrten und sowas angeht, ist schon, ich überlege gerade sogar, wenn das Quartett dort zusammensitzt, bis Pfeiffer eintrifft, auch da, wie wir quasi immer so von der, oder meistens von einer Seite das Geschehen beobachten, dann aber mit Pfeiffer einmal, glaube ich, sich die Perspektive ändert, unser Blickwinkel ändert sich und er dann, nee, er ist nicht der Einzige, der mal in Großaufnahmen eingefangen wird, das ist Quatsch. Nee, aber die, die ist spärlich, also das sind schon Besonderungen. Also da wird schon sehr, sehr viel auch über die Bilder erzählt oder zusätzlich noch, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich, das ist noch der andere kleine Einfluss, an dem ich stehe, Valerian, Stadt der tausend Planeten, die ich gerade relativ frisch gesehen habe, wo ich mich in der Anfangsphase total gefreut habe und gedacht habe, Mensch, auch wenn es jetzt vielleicht einfach die Titelsequenzen sind, wo man halt noch die ganzen Namen schnell einblenden muss, aber da wird sich noch darauf verlassen. Es ist völlig egal, ob jemand was sagt, was der sagt, wir brauchen auch keine Untertitel bei der Alien-Sprache zum größten Teil, da wird einfach durch Bilder erzählt und wir brauchen keine Worte noch zusätzlich, die uns gerade erklären, was hier abläuft oder so. Das ist alles völlig, geht aus den Bildern hervor, die unterhalten sich, es ist völlig klar, dass sie sich gerade Hallo sagen oder gib mir mal bitte Wasser oder sowas, da brauche ich keine Untertitel. Das hier findet es auch statt, wobei hier weniger, wenn es jetzt glaube ich darum geht, dass da jetzt eine Szene sich einfach dadurch erzählt, abgesehen von ein, zwei Slapstick-Einlagen natürlich, sondern eher noch unterstützend oder ergänzend ist zu manchen Sachen da. Ja. Zusätzlich vielleicht sogar noch was erzählt wird. Gerade auch, wenn ich daran denke, was so die Kameraeinstellung angeht, was so Frosch-Perspektive angeht, wie das Lehrerbild, also wie die Lehrer ja immer wieder so aus einer leichten Untersicht, die natürlich allgemein schon mit ihrem Pult, sie sind auf einer Extrastufe sowieso schon, dann ist das Pult nochmal auf dieser kleinen Bühne, dass sie also sowieso über den Schülern thronen und über den Lehrern thront nochmal, wer ist das, Aristoteles, Platon, ein Mann mit Bart. Das habe ich mich aber auch schon gefragt. Ja, ja. Tatsächlich. Aber auf jeden Fall auch etwas Altes, was immer wieder mal der Lächerlichkeit preisgegeben wird, weil die Überblendungen sind nicht freundlich. Die Trägtechnik, die Trägtechnik finde ich auch, also, ich weiß nicht, ob sie jetzt besonders ist, wird es auch da schon, haben wir schon. Ja, die Sohnoschneinlage finde ich überraschend. Ja, und wenn das Bild dann eben beim Schnitt einmal so gedreht wird, als ob wir an der Schnur haben, so zack, haben wir ein schönes Ding eingelegt. Also da sind schon, das ist schon alles kompetent gemacht. Kann man eben nicht. Ja, gar keine Frage. Sonst hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja, ich habe gerade nochmal so ein bisschen rüber geschaut über den Regisseur Helmut Weiß. Jetzt, ich finde jetzt sozusagen, also ich fand es bemerkenswert, dass er auch als Darsteller viel unterwegs war, viel auch in Unterhaltungs- und Komödien. Also er spielt zum Beispiel selber mit in Quacks der Bruchpilot, in einem anderen Rümern-Film, wo ich denke, da möchte ich gerne mal vorbeischauen. Da bin ich neugierig. Nicht zuletzt auch wegen der Zeit, in der er entstanden ist. Aber mir ansonsten ist mir da nichts ein Begriff, so dass ich das irgendwie einordnen kann in einer Handschrift, die ich auch schon in anderen Filmen... Wobei wir auch nochmal ganz klar sagen sollten, die Einblendung Künstlerische Gesamtleitung Heinz Rümern. Also das ist der letzte Name, der eingeblendet wird. Ja, lass uns nochmal spekulieren, weil ich weiß nichts darüber, ich war nur überrascht, das zu lesen. Abteilung Herzensprojekt? Oder vielleicht auch, weil er schon längst da diesen Status hatte als ein sehr besonderer deutscher Darsteller, der sozusagen natürlich auch über seine Präsenz ja auch selber eine Hand halten wollte, also kontrollieren wollte. Also wahrscheinlich hast du mit dem keinen Film, also hast du mit dem wahrscheinlich keine Szene gemacht, wie Heinz Rümern jetzt vielleicht gedacht hat, dass vielleicht, also Heinz Rümern hat entschieden, wie es am Ende sein wird. So wirkt's, ne? Ja, also außer von ganz oben kam nochmal ein kleiner Schubser oder sowas, aber ne, und was mir eben auch wieder auffällt hier mit, ne, wie suchst du es dann bei Mann, der Sherlock Holmes war, gesagt hat, die Magier, die Zauberer, die eben sich verstellen, das sind die Helden, die einem, und die eigentlich ja trotzdem sagen, was sie, was sie wollen, so ungefähr. Er ist ja hier auch, ne, der, der sich verwandelt, der Verwandlungskünstler, dann heißt er eben zum Schluss hier noch, was der Zauberer mit dem Stab in der Hand hat, den, bei, bei seinem Barium-Vorführung. Ähm, ja, die Magie, die Tricks, die Fälsche. Ja, ich schaue ja mal gerade über den, äh, die Filmografie des Kameramanns Ewald Daub, um da sozusagen nochmal so Anhaltspunkte zu finden, über die, die für die Inszenierung und die Bildwirkung maßgeblich verantwortlich sind, äh, der ist übrigens 46 in Berlin gestorben, 89 geboren, äh, sehe nur, dass er auch zum Beispiel, äh, vor der Feuerzangenbowle Quacks in Afrika, äh, ist ja auch so ein, äh, Röbern-Film, äh, auch die Kamera gemacht hat, und ansonsten fällt mir jetzt nichts, nichts Spezielles in die, ins Auge, außer der Tatsache, dass seine Filmografie halt, äh, weit auch in die Stummfilmzeit hineinreicht, also der ist sozusagen, äh, mit dem Kino auch ein bisschen groß geworden. Mal kurz hier bei den Texten gucken, da steht ja auch manchmal. Ja, das ist immer sehr spannend, wenn wir im Podcast, äh, welche, äh, äh, aber das sieht auch nicht so aus, ne, aber wäre auch die Frage, ne, 4.11.46, weißt du, 56, na gut, okay. Ah, ja, ein zwiespältiges Film, also ich hatte trotz, ne, sage ich auch ganz klar, ich hatte trotzdem meinen Spaß bei diesem Film, also das kann ich nicht wegschieben. Ich finde, das macht ihn ja sowieso, also, dass er sozusagen an solchen Stellen so, so funktioniert und so gut ist, macht ihn ja sozusagen auch zu einem sehr Wirkungsfilm seiner, äh, seiner Zeit. Also so wie bei Opfergang, wo ich ja auch, auch hinterher trotzdem noch eine relativ hohe Wertung gezogen habe, weil auch wenn da eben die ganzen Sachen mit können sind. Hier frage ich mich eben auch, also, aber ich weiß nicht, ob ich das eingangs schon mal erwähnt hatte, so mit dieser, was eben Suchland gesagt hat, das sind eben, äh, alles Propagandafilme und eben so quasi nicht, nicht zu differenzieren oder, ähm, ich weiß nicht natürlich auch nicht, ob ich auch differenziere, er sagt ja auch, jede Großstadtmelodie finde ich auch total toll und sowas, ähm, oder ob es eben darum geht zu sagen, wir müssen uns der Sache bewusst sein, können aber eben trotzdem Spaß haben oder auch zu sagen, na, vielleicht war das wirklich eben, ja, nicht doch einfach nur ein Unterhaltungsfilm, also jetzt nicht Vollzeitung wohl, aber allgemein, dass da vielleicht trotzdem mal Filme entstanden sind, die vielleicht doch eben Spaß machen sollen. Ja, oder ich, ich würde es so formulieren, also, dass das die Vollzeitung wohl ein weiteres Beispiel dafür ist, dass es kann keinen, also es gibt nie einen Nur-Film, also selbst heute gibt es keinen Nur-Film, also wer, wer denkt, wenn Mel Gibson einen Film über den Krieg dreht, äh, dass das nur ein Kriegsfilm ist, also der irrt gewaltig so und macht die die meiste Zeit auch mal Augen und Ohren irgendwie zu und bemerkt nicht, dass natürlich auch, äh, äh, da Heldengeschichten erzählt werden, die, die auch, auch in einem Dienst stehen. Also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt gerade Christopher Nolan's Dunkirk, äh, startet, äh, dass ich denke so, was ist denn das eigentlich, dass es jetzt gerade wieder mal einen Film braucht, bei der am Ende sozusagen, äh, äh, ein, ein Überleben, ein, ein Siegen irgendwie zelebriert wird, nun kenne ich den Film nicht und tue ihm vielleicht auch Unrecht, merke aber nur schon in dem Marketing für einen solchen Film steckt natürlich auch drinnen, ähm, das ist eine aufbauende Geschichte, ja, und. Ja, das Interessante ist ja, das ist nicht der einzige Dünnkirchen-Film, ist das hier, äh, der Finest, oder der Finest Hour, nach dem Buch, glaube ich, der Finest Hour in the Half, ähm, ihre beste Stunde, Drehbuch einer Heldin auf Deutsch, äh, wo es dann eben darum geht, dass, äh, eine junge Frau und ihr, ihr Mann irgendwie nicht so richtig über die Runden kommen in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und sie dann anheuert mit bei einem Filmstudio und anfangen darf, Dialoge mitzuschreiben und dann Drehbücher und dann geht's eben um eine Verfilmung des Dünnkirchen-Stoffes, der eben die Leute, also Durchhaltefilme aus britischer Sicht so, dass der jetzt eben auch gerade gestartet ist, der kommt bei uns ja auch nochmal ein paar Wochen, ähm. Das ist ein Begleitprogramm. Und, und Churchill ist jetzt gerade groß, also jetzt, der eine Churchill-Film ist schon durch mit Brian Cox, jetzt kommt bald der mit Gary Oldman und da war aber, glaube ich, Geburtstag, Todestag, irgendwas ist jetzt gerade mit Churchill auch, äh, also das, ne, wo, zum Thema, warum kommen jetzt diese Stoffe oder wieder? Ja, und also ich hab einen Trailer für Churchill mit Gabriel Oldman gesehen und fand auch, dass dort dem Film, also dem Trailer war wichtig, dass es einen, endlich einen Mann gegeben hat, der auch mal agiert hat, der sozusagen das Kriegshandwerk auch mal in die Hand genommen hat, das zumindest, ne, also das ist... Der Trailer, ja. Und, und bei dem Churchill-Brian Cox zum Beispiel ist es ja so, dass es eigentlich darum geht zu zeigen, wie, also dass er natürlich am Ende entschieden hat sozusagen mit der D-Day, aber dass eben viel, viel auch darum geht, dass er nicht, weil er schon mal so einen Einsatz befehligt hatte, der eben in einem Blutbad geendet hat, dass er jetzt eben, was er für riesige, äh, Sachen damit sich rumschleppt, diese Entscheidung zu treffen oder eben auch nicht zu treffen. Und ich will jetzt auch gar nicht so naiv klingen, wie das, wenn, wenn, wenn es einen Weltkrieg gibt, dass es dann nicht auch darum geht, um, um militärische Strategie und Entscheidungsgewalt zu, ist mir vollkommen klar, dass, wenn wir an diesem Punkt sind, dann fangen wir auch an, an der Stelle wieder auch wertzuschätzen, wenn sich Menschen für Dinge entscheiden können, die unfassbare Konsequenzen haben. Also, nur jetzt, wo wir diesen Weltkrieg nicht haben und, äh, äh, sozusagen diese Filme dann kommen in einer Zeit, in der ich mir vielleicht manchmal Gedanken mache, wie viele verbale, äh, äh, Austäusche braucht es eigentlich noch zwischen, äh, äh, Nordkorea und, und den Staaten, bis sozusagen doch nochmal irgendwas, äh, von A nach B fliegt. Äh, also das ist in so einer Welt sozusagen dann wieder erneut, also das ist ja immer, für das Gefühl, seit es Krieg gibt, also den gab's ja dann einfach, also, äh, das Medium-Film hat das auch schon immer mit transportiert, so, also auch, war auch immer, äh, willfähiger, ähm, Kompagnon davon. Ich versuch mal grad jetzt sehr rabiat wieder die Kurve zu, um zu der Feuerzangenbowle zu kriegen. Ich find das einfach für mich grad hilfreich, ich, ich brauch gar nicht, also ich hätte gar kein Interesse mehr, so in Zukunft merke ich an der Diskussion, so, konnte ich jetzt nachweisen, dass die Feuerzangenbowle ein Propagandafilm ist, so, ne, ich brauch das gar nicht, ich hab eher so dieses Grundverständnis für mich jetzt, äh, 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 etwas sicherer noch gefunden, ja, also ein, also ein Film ist immer Kind seiner Zeit und, äh, lasst uns bloß nie so tun, als wär das nicht so, nach dem Motto, ist doch alles gut und wenn dann mal kurz diese Nazi-Szene drin ist mit dem Dr. Brett ist so, ey, nimm das, also ich finde, äh, sozusagen, nein, also es, das gehört genau so dazu und dazu darf gerne auch dazugehören festzustellen, ja, das ist auch heute noch ein Film mit, äh, sehr komischen Szenen, so, aber ich brauch, ähm, also, äh, also, äh, würde ich mich freuen, wenn wir sozusagen, dass das ganz normal wäre, dass, ähm, also jeder, also, zu jedem Film, den ich schaue, dazugehört, äh, kurz einmal, was, was für Implikationen trägt er eigentlich in sich drin, so, also ich, und ich fänd das genauso wichtig für die Feuerzangbole wie für den neuesten Michael-Bee-Film, also, wir sehen da gar keine Notwendigkeit, das jetzt auf, äh, nur eine Zeit zu reduzieren, sagt die Motto, nur die Nazi-Filme, die muss man nochmal ganz besonders, äh, schief annehmen oder so. Nö, nö, da ist ja jeder irgendeine gewisse Weltanschauung. Ja, und gleichzeitig denke ich, meine Güte, zum Thema nationalsozialistische Propaganda, wie erfolgreich so ein Konzept aufgegangen ist, das Goebbels ja wichtig war, bitte nicht in die großen Filme, die, die, die Hakenkreuze hinein, keine Uniform, das sollen Filme für die Ewigkeit sein, ja, das, da muss ich sagen, das war wirklich erschreckend und grausig brillant, also, das, mit, mit so einem Blick, ne, also, dass sozusagen, also, ich, also, ich glaube, jeder Propagandafilm, der, äh, 90 Minuten lang Propaganda pur ist, ist überhaupt keine wirkungsvolle Propaganda. Ja, also, das hängt dann nochmal von den Umständen ab, ja, aber so im Grunde, wenn man nicht sagt. Ja, also, ich finde, der erfolgreichste Propagandafilm ist doch der, den ich als solchen gar nicht wahrnehme. Und, äh, und dafür gibt es offenbar, äh, neben der Feuertsymbole noch viele weitere, äh, Beispiele, in denen das einfach viel subtiler passiert, in denen sozusagen auch Handlungen, die, und Geschichten, die es auch schon vorher gegeben hat, also, man baut nicht extra eine Geschichte dafür, sondern man nimmt die vorhandenen und guckt einfach sehr genau, wo lässt sich das jetzt gut einflechten. Also, das, also, ich, ich glaube, ähm, das, das wäre ja zu einfach gewesen, wenn man richtig merken würde, wie der Film immer dann ins Stolpern kommt, wenn er versucht, plötzlich eine Ideologie einzubauen. Ganz und gar nicht. Ist ein sehr fluffiger, eskapistischer Film und, ja, am Ende, äh, also die, äh, Kamera geht halt hinein in die Flammen. Also, es ist schon. Und es lächelt uns jemand an. Ja. Auch wieder so aus leichter Untersicht. Ja. Es ist alles nur ein Traum, alles nur Sehnsüchte, alles Wahre. Das sind die Wahren und alles andere ist. Also, es hat mich auf jeden Fall auch nochmal sehr neugierig auf den Heinz Rühmann gemacht, auf, äh, sein, seine, seine Filmografie ein bisschen auf seine Biografie selbst, auf sein, auf sein Leben noch viel mehr. Und, ähm, ich, ich verstehe, ich verstehe auch die Begeisterung, den sozusagen in Schulen und den Universitäten zu zeigen. Äh, ich verstehe nur nicht, äh, dass das sozusagen, ähm, also, oder anders. Ich, 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 ich mache es mal mir nicht so leicht. Ich habe ja sozusagen eine solche Veranstaltung noch nicht miterlebt. Die nächste Veranstaltung, von der ich mitbekomme, dass sie ist, der, der möchte ich, glaube ich, beiwohnen, um zu bemerken, ist es eigentlich so, wie ich befürchte, dass es ist. So. Ja. Das ist vielleicht, vielleicht ist es fairer. Also, ich, ich bin da auf jeden Fall ganz schön skeptisch. Und möchte gerne noch wiederholen, was uns Rüdiger Sussland auch schon erzählte, dass, wenn, äh, der Film öffentlich aufgeführt wird und man die, äh, sozusagen die Aufführungsrechte sich holt, dann bezahlt man, äh, ein, eine, ein Parteimitglied der AfD. Das sei mal zu wissen. Und ich hoffe, dass das, so wie ich es recherchiert habe, gilt das nicht für die DVD-Rechte. Deswegen, aber das, das, das werden wir ja noch rausfinden. Vielleicht habe ich jetzt auch noch meinen kleinen Beitrag geleistet. Die Parteikaste der AfD. Ich möchte, äh, auf jeden Fall noch auf eine andere Sache hinweisen. Und zwar, also wir sind ja jetzt hier so ziemlich am Ende. Ja, wir plätschen hinaus. Und zwar haben wir ja mal besprochen, den Asta Nielsen-Film Abgründe. Ja, das haben wir. Und um diesen Podcast auch wieder hart in der Zeit zu verordnen. Am 5. August, äh, ist im Rahmen der Ausstellung Alles dreht sich und bewegt sich. Tanz im Film im Filmmuseum Babelsberg, Filmmuseum Potsdam. Auf jeden Fall da. Ist am 5. August eine Vorführung dieses Films Abgründe, Abgründen mit Asta Nielsen. Und, ähm, ja, wer den Podcast schon gehört hat, kann den Film sich dann da ansehen. Wer ihn noch nicht gehört hat, kann sich den Film ansehen und dann den Podcast hören. Oder man hört nur den Podcast, wenn man nicht aus der Gegend von Berlin ist. Ja, Folge 39, ähm, am 1. Februar 2015. Jetzt würde ich auch demnächst mal wieder fragen, wie lange wir eigentlich schon wieder dabei sind. Äh, genau, der läuft abgründet. Und, ja, darauf wollte ich auch mal hinweisen. Bei uns geht's bald weiter. Unsere nächsten Planungen folgen beim August. Haben wir eigentlich schon ein klares August-Programm? Nee, jetzt, wo mir klar wird, dass unser Gastspiel beim Bahnhofskino auch ein Gastspiel ist und nicht irgendwie ein Gastspiel bei uns. Ähm, genau, das sei aber trotzdem gesagt, dass ihr, ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann habt, könnt ihr auch einfach beim Bahnhofskino, dem Podcast vorbeischauen. Dort gibt's dann eine Ausgabe, bei der auch blutiger Freitag besprochen wird. Und da haben wir uns mit hineingehängt. Da sind wir doch sehr neugierig. Genau, das heißt, wir müssen uns im August noch was überlegen. Ja, es könnte sein. Ja, oder sag mal ab. Und ab September ist dann auch wieder Schatzkiste bei uns in Rostock. Und, äh, da müssen wir mal gucken, ob und was wir uns da so genau rauspicken von dem Programm. Das, da bin ich auch schon sehr gespannt, was es dann jetzt final geworden ist. Ich weiß auf jeden Fall, es könnte auch sein, dass im August euch noch eine Ausgabe erwartet, bei der dann wir einen anderen Podcaster zu Gast haben. Äh, das ist noch ein bisschen im, äh, im Unklaren. Ich kann aber mal erzählen, dass meine Reiseplanung mich, ähm, also wenn ihr das jetzt gerade hört, dann hab ich auch schon ein paar Tage in Frankfurt am Main gesessen, und zwar dort im Filmmuseum. Dort läuft Terza Visione, die vierte Ausgabe eines, äh, Filmfestes, bei dem, ähm, eine, eine Reihe von sehr engagierten, äh, Filmvorführern, Filmjournalisten, Cineasten, ein, ein Programm kuratieren aus, äh, italienischen Genre-Filmen, äh, von den 50ern bis hinein in die 70er, 80er Jahre. Äh, da lauf, da werde ich 14 Filme sehen, die ich noch nie gesehen hab, von denen mir die Regisseure und Regisseurinnen nix sagen. Äh, weißt du nicht nur. Minimal ein bisschen was kennst du auch, also mindestens vom Titel her, also sowas wie Danger, Diabolik oder Gefahr, Diabolik hier und Mario Bava. Ja, 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 ich, ja. Argento, ist nicht Phenomena dabei? Ja, ja, ist auch dabei. So, hast du wenigstens mal gehört. Ich auch. Sind bei mir auch Lücken. Aber wirklich, ich, 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 ich werde da reingehen und, äh, also kann, also auch völlig, also Erwartungshaltung ist auch eher so ein bisschen gedämpft und ich freue mich eher darauf, äh, auf die guten Gründe, die diese Menschen haben, äh, diese Filme dort wieder zu zeigen. Ich glaube, da gibt's eine Menge und freue ich mich darauf, das zu entdecken und ich bemühe mich auch, dass wir dort vielleicht auch Filmgespräche dann im Anschluss auf die Reihe kriegen. Wenn sich da was materialisiert, das werdet ihr dann schon merken, dann wird's dazu auch, äh, weitere Ausgaben geben. Ähm, ich, ja, also mindestens in der nächsten Ausgabe Ende August werdet ihr dann erfahren, wie es denn dort zugegangen ist. Ob Christian O'Leary. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, ich komme da auch mit interessanten Erfahrungen heraus. Ich freue mich auf jeden Fall, dort laufen alle Filme auf, äh, 35 Millimeter und, ähm, ich glaube, das wird auch ein bisschen abenteuerlich. Hörte schon, dass auch so manche Untertitelungen jetzt gerade noch angefertigt wird, ähm, und so mancher Film vielleicht auch das letzte Mal da durch den Projektor rattert. Wir wollen mal schauen. Jo, röste ich schon auf Rolf. Äh, ja, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf Rolf. Also das können wir ja ruhig auch mal sagen. Also dieses Gastspielen mit den Bahnhofskinos, das nehmen wir jetzt gleich im Anschluss auf und vorher gucken Max und ich den blutigen Freitag. Äh, ich bin wirklich völlig, völlig ahnungslos, auch was das angeht. Ich ahne natürlich ein bisschen was, aber eigentlich nicht. Ich meinte jetzt auch gar nicht Rolf Olsen, sondern tatsächlich den Film Rolf, der da ja auch gezeigt wird. Aber super. Okay, Rolf Olsen, Regisseur von Blutiger Freitag und du meinst Rolf? Es gibt einen Film, der heißt Rolf. Ich weiß nicht, ob der im Original heißt, glaube ich, nicht wirklich Rolf, aber der Einzelkämpfertyp der Rolf. Okay. Wir sprechen auf jeden Fall noch öfter über Rolf. Ja, das war soweit quasi Ausgabe 128. Ihr könnt uns über die bekannten Kanäle erreichen, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Twitter, Facebook, E-Mail ist irgendwo auf der Webseite wiederaufführung.de zu finden. Da könnt ihr gerne kommentieren. Äh, wenn ihr uns hört, habt ihr uns wahrscheinlich bei iTunes schon abonniert. Wenn nicht, könnt ihr jetzt, äh, Podcast abonnieren klicken. Ihr könnt auf da, manchmal könnt ihr so eine grau unterlegten Sterne sehen. Da könnt ihr die fünf Sterne anwählen. Alles gut. Ja. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Guckt aber auch mit ein bisschen kritisch und fragt euch, was diese Filme erzählt haben. Wann sie erzählt wurden. Was sie mit euch machen vor allem. Was macht diese Filme mit uns? Tauscht euch darüber aus. Das ist eigentlich sowohl eben gucken, Spaß haben, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Spaß haben, wenn der Film irgendwie einem nicht so gefällt. Aber eben austauschen darüber. Diskutieren, reden, Kommentare schreiben. So wie wir das hier ein bisschen machen. Das war richtig so ein bisschen, so ein bisschen lehrermäßig so. Neu und alte Welt. Immer drüber reden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.